Heinz Blödsinn! Äh, ne ne ne, so Pschhh 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 Hoooooo Pschhh Hallo Leute Willkommen bei einer neuen Ausgabe von ähh Tchä Heute erklär ich euch wie das ist mit dem Abseits beim Fußball Also das ist ganz einfach Aber nicht für mich Erstmal brauchen wir zwei Fußballspieler Äh ja, die haben wir jetzt nicht. Dann nehmen wir einfach zwei Apelsinen Das sind jetzt die Holländer, weil die sind auch orange Ja und wir brauchen einen Torwart Äh, oh Oh Äh Ah, sagen wir mal der Torwart ist eine Flasche Äh, so fertig Äh, so fertig Ne, wo ist der Ball? Äh ja, äh, äh, hier Das Ei So, jetzt geht's los Die eine Apelsine hat den Ball, also das Ei Jetzt ruft die andere Apelsine Hey, her mit dem Ei Zack Kriecht die das Ei Und schießt aufs Tor Der Torwart Der Torwart ist eine Flasche und kann den Ball also nicht halten Macht aber nichts, weil war Abseits Tja 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 Tja, was weiß der nicht? Der kann ja mal den Schiedsrichter fragen Tja Tja Au Äh Tja Oh, der ist eine hohle Nuss, der weiß es auch nicht Aber eins ist sicher Abseits ist, wenn der Schiri pfeift Ja So ist das mit dem Abseits Aber ganz sicher bin ich mir da nicht Also fragt lieber nochmal eure Eltern Tja 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 Ja, das war's.